yo 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 was geht ab ihr lümmels herzlich willkommen zum let's play von tecken 8 wir werden jetzt hier gemeinsam heilige banane ist die musik laut werden hier gemeinsam die story durchspielen ich muss ein klein disclaimer vorweg schicken ich werde jetzt die komplette story die glaube ich fünf oder sechs stunden geht direkt in einem tag komplett aufnehmen das heißt das intro was ihr jetzt gerade gesehen habt habe ich nicht gerade eben live und er eingeschnitten sondern was habe ich im editing gemacht weil ich das bei tecken 8 genauso machen werde wie ich das beim combat 1 was ich auch irgendwann in naher zukunft noch spielen will vorhaben jetzt glaube ich habe ich von falschen satz sagt egal auf jeden fall werde ich das so machen dass ich jedes einzelne story kapitel als eine separate folge hochladen werde und weil ich nämlich daran erinnern konnte dass es bei mortal kombat 11 glaube ich zumindest war es so schwierig das ganze noch mit intro und auto zu machen oder irgendwelchen zwischenschnitten deswegen habe ich auch mal kombat 10 damals oder 11 ich weiß es nicht mehr direkt in einem tag durch aufgenommen und dann einfach später alles reingeschnitten deswegen wundert euch nicht es wird keine anmoderation in den nächsten folgen geben und das wird auch keine abmoderation geben es wird nur in der letzten folge dann halt noch mal so ein fazit geben wenn wir mit der story durch sind aber keine angst auch wenn wir die story durch haben dann werden wir natürlich nicht feiern machen sondern wir werden auch hier die charakterepisoden noch allesamt spielen und ja das auf jeden fall schon mal so der grobe überblick was in dem let's play von tecken 8 passieren wird und ich habe damals in der demo die paar mal live gegangen ist bevor jetzt das finale release gewesen ist habe ich schon das erste kapitel glaube ich auch sogar durchgespielt deswegen weiß ich auch ungefähr wie lange das wie lange das ding pro kapitel geht und erfahre mit den kurz fassungsfilm mehr über den verlauf der mishima saga bis tecken sieben möchtest du zur galerie gehen bevor du mit dem story modus beginnst okay kommt wirklich für jeden der halt keine ahnung hat von den von den teilen davor werden wir uns jetzt wirklich noch mal alles angucken damit ihr auch im bilde seit was was abgeht und deswegen gucken uns jetzt nachher an an Das war die Schwerpunkte, die die Schwerpunkte der Welt gebeten sind. Die Schwerpunkte sind nicht so viele Schwerpunkte. Sie sind nicht so viele Schwerpunkte. Das war's für heute. 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 Oh, shit. gigas noch. Das war's für heute. auch in multiplayer. Das war's für heute. 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 Oh, ich hasse. Ich hab's für heute. Ich hab's für heute. Ich hab's für heute. Ich hab's für heute. Oh, ich hab's für heute. Oh, ich hab's für heute. Oh, ich hab's für heute. Nein, ich hab's für heute. 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 Und wenn ich mich damit replierde. Das hat mich jetzt! Oh, das reicht nicht, ne? Er hat, glaube ich, noch ein bisschen Leben. Ah, aber immerhin sind wir jetzt equal. Das Problem ist, er hat seine Ulti noch. Nein, bitte nicht. Nein, oh mein. Ist das lächerlich, Alter. Es ist so fucking lächerlich. Oh. Er schlägt komplett daneben, Alter. In die komplett anderen Richtung. Aber ich kriege den Hit ab. Ja, und er hielt sich jetzt wieder vollständig. Oder fast vollständig. So ein dreckiger Witz. Warum macht er so einen dämlichen Move dabei? Ja. Könnte knapp werden, aber... Könnte auch passen. Okay, es passt. Hä? Achso, das scripted. Wollt schon sagen, Alter. Wollt schon. Das war's für heute. Ich werde wieder ... 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 Ich glaube, das müsste jetzt Kapitel 2 sein. Nee, das haben wir doch damals noch in der Demo gesehen. Stimmt, aber danach war, glaube ich, Feierabend. Ich glaube, das stimmt. Das war's für heute. Das ist ein Wettbewerb. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ha 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 ha! Ha 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 ha! 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 Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Also die Grafik ist atemberaubend Das fand ich aber schon damals Als ich die Demo gespielt habe Und das erste Kapitel hier schon zocken konnte Da dachte ich mir schon so Alter Aber ich weiß nicht Ob das sogar noch Teil davon gewesen Ist von der Demo Das kann aber sehr gut sein